Hallo, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Guten Morgen, guten Abend, wie auch immer. Wir spielen Hexel Simulator 2015. Naja, nicht wirklich. Wir spielen ja immer noch Landwirtschaft Simulator, aber sind die letzten Folgen und auch diese Folge werden wir nur mit Mais beschäftigt sein. Ein bisschen längere Folgen. Wenn es nicht 20 Folgen Maishexeln am Stück gibt, wird auch dieses wahrscheinlich absehbar eine längere Folge werden. Aber ich hoffe, ich begleite mich in dieser Folge wieder. Wir werden auf jeden Fall noch eine Menge Ladung wegfahren mit unserem Cosplay-Helfer. Na mittlerweile fast 18 Uhr, minus 13.500. Darfst ruhig alle erfahren. Ich stürze nicht. So, wir standen so ein bisschen im Weg. Schon mal zur Seite gefahren. Das ist das letzte von drei Feldern Mais, die wir dann geerntet haben hier im Let's Play. Dann werden wir uns mal wieder neuen Sachen widmen. Mal sehen, was für Kommentare denn so kommen. Wir haben mal gefragt in der Folge davor, wofür wir denn das Geld so ausgeben. Das wir aktuell nicht haben, aber bald wieder haben werden. So, jetzt werde ich mal kurz den Helfer rausschmeißen. Ja, ist ja gut. Und hier jetzt einmal den normalen Helfer einschalten. Wieder hinterher fahren. Wollen wir hier jetzt mal so ein bisschen eine ordentliche Kante kriegen. Aber sonst läuft er uns ja immer weiter aus der Bahn. Das wäre ein bisschen blöd, da fahren wir jetzt lieber hier erstmal so auf und ab. Häcksel-Simulator. Also, wir haben hier noch mal so ein paar Kanteien, die wir jetzt insgesamt schon geerntet haben. Und wir haben gut 2.000 am Futterlager. Und derweil, glaube ich, auch an die 900.000 bei der Biogasanlage. Und irgendwas mit 200.000, doch auch schon hier 300.000 hier vorne beim Hof. Also, wir sind maismäßig super ausgestattet. Dann hat es mal natürlich hier ein bisschen... Dann lassen wir ein bisschen viel Kapazität über, aber macht nix. Und gleich haben wir wieder zurückgefahren sind, dann passt das schon fast. Was wir gesehen haben mit Cosplay, wir müssen aufpassen, wenn die Traktoren von der Biogasanlage wieder zurückgefahren sind. Müssen wir rechtzeitig rüber springen und den Helfer sagen, hier Stopp. Wir haben hier ansonsten Haltepunkt vergessen und fährt er wohl lieber wieder zurück, anstatt zu warten. Man muss Cosplay schon ziemlich genau programmieren, dann klappt es auch. Genauso wie Autocombine. Also es sind zwei Mods, die ich, glaube ich, für die ganze Zeit immer neben den Standard-Helfen in Verwendung habe. Sehr gut, der Silagewagen, das ist unser Eigentum. Den Häcksler, ja, wir sind irgendwie in die Folge zum ersten Mal hier zum ersten Mal reinschauen im Let's Play. Der ist nur ein Miet-Häcksler, den konnten wir uns noch nicht leisten. Aber wir werden es ja schon auch leisten, kann jemand vielleicht mal einen eigenen Häcksler. So, Häcksler könnte ja mal ein bisschen mehr Gas geben eigentlich. Aber daraus wird nix, wir fahren ja weitergeben möglich. Das Feld, 18 Uhr, Armbrotzeit hier, 18 Uhr eins, lass mal ausfallen, wir müssen weiterarbeiten. Von nämlich schon 14.000 Minus. So, Anhänger ist voll. Oh, da wir hier ziemlich nah gerade dran sind. Und hier noch ein bisschen was reinpasst. 300.000 haben wir jetzt schon, weil wir hier 360.000. Oh, da sind wir zwei zurückgefahren. Natürlich immer ein bisschen blöd. Der Berg ist so ziemlich klein, dafür, dass er so viel einpasst. Passt im Verhältnis nicht zu der Biogasanlage, von den Größen her. Ja, fertig. Verdichtet zu 54%. 55% fangen wir noch einmal zurück und dann wenden wir hier vorne. Wir brauchen keine Sorge haben, dass wir den Mais nicht loswerden. Aber man muss schon sagen, wenn man die ganze Karte mit Mais voll sehen würde, hätte man ein Platzproblem. Weil wir haben ja nur drei Maisfelder gemacht, haben aber echt... Ich habe ja nicht zusammengerechnet gerade eben, wir haben nur die einzelnen Zahlen mal so genannt. Vielleicht habt ihr ja zusammengerechnet. Also 1,4 Millionen oder so Mais. Aus drei Feldern. Und dazu muss man ja noch sagen, wir sind ja noch gar nicht mehr fertig. Wir können ja noch mehr. Aber müssen wir kurz... dem Helfer hier immer wieder Bescheid sagen. Ungefähr so. Wenn wir da nicht zu viel stehen lassen, ne? Also nicht zu viel... sinnlos fahren. Da machen wir nochmal weiter mit dem Standardhelfer, weil sie sind eigentlich oft genug Rund-Augen gefahren. Wir haben jetzt hier leicht genug Wändeplatz. So, warte jetzt. Und jetzt haben wir hier auch eine gerade Kante. Eine gerade Kante. Na, eine gerade Linie. Die Kante ist ja meistens nicht so gerade. Aber egal. Nicht so weit wegfahren. Nicht, dass wir wieder nicht... Reichweite des Hexlers sind. Oh, ein bisschen blöd. Schafft was, ne? Also ich schätze mal... Zehnmal... Gehen wir den Anhänger wohl noch voll. Und so gehen wir ja nochmal 500.000. Umgerechnet in aktuelles Silagegeld sogar 750.000. Einnahmen. Ist ja verrückt. Ja, ich hoffe, dass wir die Zeit auch mal wieder ein bisschen zu beschleunigen. Aber das wäre natürlich aktuell blöd. Da der Miethexler dann ja mehr Geld kostet. Und da wir eh schon 14.400 Miese haben. Die Banken langsam nervös werden. Die ganze Kredite gewährt haben. Aber wir vergewissern den ja immer wieder. Wir haben hier Einnahmen. Die liegen erstmal nur auf den Haufen da rum. Wir müssen aber noch in die Biergastanlage reingebracht. Geschaufelt werden. Und dann läuft auch die Biergastanlage wieder an. Und schon haben wir wieder Einnahmen. Das beruhigt also die Banken. So. Soviel dazu. Der Anhänger ist dann auch jetzt voll. Und ich würde sagen, haben wir beim Hof eigentlich fast so genug. Und jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen was zur Biergastanlage bringen. Dann kann man nämlich gleich mit dem hier wieder weitermachen. Das war ja wie gesagt, man kriegt also in der Hin- und Rückfahrt, die der Traktor zur Biergastanlage braucht. Dann gehen wir den Anhänger voll. Und der hier auch ein bisschen weniger Ladekapazität hat. Da passen ja noch 40.000 rein. In den anderen passen ja auch 55.500 rein. Macht schon was aus. Gerade beim Mais häxeln. Da haben wir genug Wendeplatz hier. Sollende Geiz. Trotzdem fahre ich jetzt gegen den. Das war blöd. Und die Schaufel natürlich. Das macht das Ganze vorher noch länger. So, ich kann ja mal auf die Map gucken. Man sieht, man müsste eigentlich am Haltepunkt angekommen sein bei der Biogas. So, ich bin genau jetzt angekommen. So, dann müssen wir mal kurz den Abfahrer entlassen. Fangen an abzuladen. So, wir fahren auch immer gleichzeitig schon ordentlich vor und zurück, damit wir gut möglichst viel schon verdichten. So, wir können jetzt den Abfahrer schon wieder einstellen. Und sagen, fahr weiter. Woher willst du denn jetzt hin? Zum Parkpunkt? Das war sie jetzt gerade nicht. Das kostet uns jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Zeit, als es uns bringt. Und tatsächlich noch mal wieder zurück zum Parkpunkt. Schön verdichtet, er ist natürlich vielleicht noch mal ein bisschen. Aber vielleicht fährt er sich auch einfach so nah um die Kurve, dass man sich verhakt. So, jetzt aber Abfahrer einstellen. Verdichtet auch dabei, das ist praktisch. Fährt jetzt weiter? Oder parkt er jetzt wieder? Ich glaube, jetzt fährt er weiter. Gut, müssen wir dann darauf achten, dass bevor wir den wieder einstellen, irgendwie irgendwie über den Parkpunkt sind. Ich glaube, er fährt jetzt zurück. In der Zwischenzeit machen wir den vorher. Und sehen wir auch gleich, wenn er hier angefangen kommt. Das ist praktisch. Dann müssen wir dann wechseln müssen. Nicht, dass wir dann wieder von alleine zurückfahren. Meinen, der muss wieder zurückfahren. Obwohl er noch gar nicht beladen ist. Ich weiß, man kann mit Cosplay das auch alles in einem Stück irgendwie machen lassen. Aber einerseits können wir doch auch ein bisschen was selber machen. Dann lassen wir nicht alles voll automatisiert laufen. Na, guck, schau, bleibt denn der andere Traktor. Vielleicht sieht man ja schon von drinnen. Aber ich hatte ja auch mal gefragt, wenn ihr euch das gefällt, euch eigentlich so auch diese Inderansichten. Soll ich mir auch mal ein bisschen mit diesen Inderansichten spielen. So, dann haben wir mehr Sorgen. Wo bleibt der andere Traktor? Na, kommt. Okay. Wir haben doch keine Sorgen machen. Wir werden gerade ein bisschen langsam. Dann kommt der Traktor angefahren. Jetzt müssen wir darauf achten, dass er nicht wieder zurückfährt. Der ist auch in diesem Moment voll. Das passt ganz gut. Wir müssen jetzt eigentlich auch BGA hin und rück fahren. Hier können wir genau in diesem Moment den Helfern gelassen. Ein bisschen aufpassen hier. Sehr schön. Das klappt doch schon mal relativ gut. So haben wir doch hier jetzt aber auch Rücker fährt dahinten weg. So haben wir doch hier jetzt auch ganz gut ein bisschen was dazugelernt beim Häckseln hier in der dritten Folge. Mit, also dritten Folge, dritte Feld meine ich. Und jetzt zum zweiten Feld eben auch dritten Feld richtig mit Cosplay. Das Abfahren zur Biogasanlage klappt sehr gut. Man kann hier auch noch irgendwie automatisch aufwählen lassen. Aber, naja, machen wir selber. Wir werden ja noch ein paar Ladungen hier haben. Von dem, naja, hätte man ja gar nicht düngen brauchen den Mais bei diesem Ertrag. Hätte ich ganz so oft zwischenfahren müssen. Aber egal, so haben wir auch eine Menge Geld liegen. Und auch das kann man ja wenn wir ein bisschen rumprobieren mit Cosplay dann nachher irgendwie machen lassen. Dass der zum Beispiel die Biogasanlage ja immer automatisch füllt. Dass man dann Helfer sozusagen Schaufeln mal füllen lässt und ausleeren lässt. Damit wir uns in der Zwischenzeit wieder um andere Sachen kümmern müssen. Sonst haben wir dann viel vor. Wir haben eine 800.000 Kapazität an Mais. mit einer Radlader-Schaufel in die Biogasanlage kippen wollen. Das hätte wahrscheinlich alleine 100 Folgen dauern. Aber ich verspreche euch, das machen wir nicht. Das muss dann irgendwie nachher. Erstmal machen wir ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen was zu haben und dann testen wir das ein bisschen mit Cosplay. So, der Rot hat den Wartepunkt erreicht. Das ist doch sehr gut. Und lassen wir den mal ein bisschen vorfahren. So was das gerade noch passt. Hier müssen wir dann wieder den Helfer hinterlassen und anfangen auszuleeren. Gleichzeitig fahren wir ja auch immer ganz schön hier rum. Und dann ein bisschen verdichten. Auffahren einstellen. Weiterfahren. Dann haben wir den richtigen. Kleine Unterbrechung haben wir immer noch. Aber läuft. Läuft bei dir. Läuft hier bei uns. Läuft gut. Die Sonne geht langsam unter. Der Bauer wird langsam panisch, weil er schon 15.400 Minus hat. Und dann kommen wir mal so in den Tank. Na ja, 309 Liter. Wir sind hier noch im Tank, im Traktor. Da reicht noch eine ganze Ecke hin. Also für diese Maisernte wird es reichen. Dann können wir schon mal auf die Karte wieder gucken. Da unten der T6100 oder T6160 oder so. BGA hin und rück. Funktioniert. Fährt nicht besonders schnell. Das macht dann auch nix. Macht schon was. Und der hier nämlich gleich voll ist. Und der andere noch nicht wieder da ist. Da sieht man mal, wie schnell so ein Anhänger voll ist. Ist ja nix dran, ne? Man schafft es ja nicht ganz, wird kurz vorher stehen. Ja, wir stellen den Abfahrer ein. Lassen ihn dann losfahren. Und hier ist eben praktischerweise ist der dann auch schon da. Hier sehen wir noch die Start- und Endpunkte dieser Strecke. Regerverkehr. Traktorenverkehr. So, wenn der Kreis läuft. Ja, läuft. Und auf in ein neues. Da hört man so, na ja, doch. Der Hälfte des Feldes sollte mittlerweile geschafft sein. Ungefähr. Ja. steckt im Verkehr fest. Jetzt ist ein Auto im Weg gewesen. Da ist man nicht am Wartepunkt angekommen. Na, jetzt ist das andere Auto verschwunden oder er hat das Auto zur Seite geräumt. Steckt nicht mehr im Verkehr fest. So, er ist aber noch nicht angekommen. Wo ist er denn? Er fährt noch, ist aber bei der Webersanlage jetzt. Zeit passt ganz gut und macht er so ein Wendemanöver und derzeit können wir den ein- und auslernen. So, warm in der Niambi. Auslernen. Wir haben Hälfte entlassen. Jetzt lernen wir ja wieder alles nur auf einer Stelle aus und dann es blüht. Das ist auch viel los hier auf den Straßen. Jetzt, Feierabendzeit hier, 18.20 Uhr oder wie? Saisonabfahrer einstellen. So, wieder rüber zum Mais-Häckseler. Schon zum Mais-Häckseler. Rüber zum blauen Traktor, eher gesagt. Ist auch schon wieder 30.000 drin. So, dann können wir so schnell die letzten 10. Mal gucken, was ich eigentlich so kann. So funktioniert das auf jeden Fall noch. Ja, aber es geht ja gar nicht so ein Anhänger rein. Das war blöd. Wir haben ja schon was verschwendet, vermutlich. Da wollen wir mal nicht geizen, ne? So, Abfahrer einstellen. Abfahrer einlassen. Kann man selber. Danke. Das ist ein bisschen langsam. Da fahren sie wie an der Linie. Gut, ich könnte sie ausblenden lassen, aber ich hoffe, man stört euch nicht. Gehört ja nochmal dazu zum Cosplay-Helfer. Kann sie auch ausblenden. Man kann sie vollstimmig einblenden. Auch gleich mal darauf achten, wenn der rote jetzt bei der Biogasanlage ist, wie viele wir da eigentlich schon auf dem Haufen haben. Euisini niemals laufen lassen. Und ich dazu glaube, mit der Biogasanlage auslnat。 Also so, wie viele movement diebitante imsode haben wir jetzt zu dir nehmen, sind doch in der Silberlzeit an. Der Traktor steckt im Verkehr fest, hat sich dann aber befreit, aus eigener Kraft hat der Traktor sich im Verkehr befreit. Was steckt da denn im Verkehr? Kurz vor der Biowassanlage. Und wenn er gut erreicht, das ist doch gut. Dann wollen wir den auch gleich eine Arbeit hier verrichten lassen. Wollen wir mal drauf achten, was haben wir denn jetzt hier? 280 gleich 300.000 Füllstand auch. Passt natürlich noch ein bisschen mehr drauf. Noch nicht mal zur Hälfte voll. Aber ich kann dir mir vorstellen, ob wir das Feld fertig haben. Dann haben wir auch den voll. Verdichten aber gleich schon mal so minimal ein bisschen. So, wir können jetzt wieder einen Abfahrer einstellen. Und sagen, dass du weiterfahren darfst. So, wir dürfen hier auch weiterfahren. Und wir fahren dann gleich in der nächsten Folge zu Ende. Die Folge jetzt reicht jetzt auch von erstmal hier im Mais hexen für diese Folge. In der nächsten Folge hexen wir noch ein bisschen weiter. Danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr schaut dann auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.